Moin Moin Mikrofon ist bestimmt total scheiß Qualität weil ich hab jetzt hier nicht Mach doch den Fernseher erstmal aus Ja den mach ich mal so aus Ich hab das Mikrofon hier mit den Flaschen und den Tröpflern und so ist ja gerade ein bisschen schlecht aber so an sich ist mein eingebaute Mikrofon ganz gut. Bin ich jetzt im Fernsehen? Ne, im Youtube Der Sascha ist da Sascha sag doch mal, stell dir das mal vor Hey, Hallihallo liebe Dampfergemeinde Wo ist Schreckung da? Da Ich finde das ihr heute wieder eingestellt habt hier auf Odins Test Test Wir sind hier schon fleißig am dampfen Wo ist denn meine Taschentur jetzt schon wieder hin? Ich hab nämlich noch ein bisschen Schnüppel So wir haben auch schon lecker Döner hier essen Sind hier ein bisschen am Trinken Zuckerwasser Du Bier und richtiges Männerbier Obwohl Gold ist auch nicht so ein Männerbier Ich hab jetzt von ihm drinne Fuzzi? Fuzze? Fuzze Fuzze Ich kenn Fuzze ein Spiel, das wird aber mit C geschrieben und nicht so mit Doppel U Ja, aber es ist lecker Ich will auf jeden Fall hier noch Sein Red Aster testen Hat er gesagt, aber ich soll erstmal Fuzze und so testen Und hier Buttermilk Weil Red Aster vom Geschmack sehr kräftig ist Wir werden jetzt im Laufe der Zeit Hier so ab und zu mal anmachen Euch so auf den Laufenden halten Weil Sascha hat jetzt hier schon Ist hier schon fleißig am testen Hier ist noch der nächste Schwung Also das sind lauter kleine Flaschen, ja Die er testen soll Will, muss Geht das? Red weiter, ich bin auch schon Und nachher machen wir auch noch ein Wickelvideo Wir wickeln den, den Avocado, den Griffin Und du hast auch noch Den auch im Video? Ja, ja, machen wir gleich einmal komplett Komplett rum Umschlag Den Serpent Was du mit dem brauchst Welcher ist denn Ditte? Ah, den hat Dings auch Der soll so geil sein Der soll so geil sein Auch im Geschmack und so Der sieht so ein bisschen aus Wie der von Joytech Der Kubis Mit dem Clemfernster hier Ja, da bin ich mal spannend Wir werden uns nachher noch An den Wickeltisch An den Tisch An den Tisch begeben Oder hier, keine Ahnung Je nachdem wie voll war sind Und mal gucken wie spät es ist Vielleicht machen wir noch kurz Halbe Stunde, Stunde ein Hangout oder so Zwei Stunden Das ist hier das Ding Und hier ist auch Nightdreams mit drin Was ist denn das für eine Anzeige alles? Aha, aha Ja Aha, aha Jo Ich mache jetzt auch erstmal einen Cut Und dann sehen wir uns nachher wieder Ihr kalt euch auf jeden Fall auf dem Laufenden Uch Big Brother Jo